Klar. Freiburg. Nein, nein, nein! Welche der drei Freiburger Torhüterinnen hat eine VfL vergangen? Merle Frohms. Richtig. Svenja Merle Frohms. Das ist nicht ehrlich. Weißt du das nicht? Das ist nicht ehrlich. Wie? Also du weißt schon mehrere Namen. Welchen Youngster zog es in diesem Sommer vom VfL nach Freiburg? Merit Witze. Richtig. War es A. Michaela Brandenburger. War es B. Merit Witje. War es C. Maria Christina Lange. B. Ist korrekt, den Punkt krieg sie. Gut. Wie endete das diesjährige Pokalfinale des SC Freiburg gegen den VfL? Gibt es? Achtung. 1 zu 0. 1 zu 0. Richtig. Ich habe gerade selbst an mir gezweifelt. Dominik. 1 zu 0 für Wolfsburg. Richtig. Richtig. Ich habe gerade eins oder zwei noch. Ich weiß nicht. Stark. Richtig. 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 A. Breisgau. B. Niederach. Svenja. Breisgau. Korrekt. Ja, das hatte ich auch gedacht. Okay. Du kriegst auch einen Punkt. Ja, ein bisschen. Ein halbes Punkt. Ein halbes Punkt. Richtig. Welche Platzierung erreichte der SCF am Ende der vergangenen Saison? Siebter. Richtig. War es A, der dritte? Svenja. Vierter. Fünfte. Weiter. Sechster. Sechster. Weiter, weiter. Siebter. Ehrlich? Ja. Stimmt, Essen war Vierter, ne? Essen, Vierter. Das ist ganz gut gemacht. Ja, okay. Zuphodel. Inормulher. Z gates. Is haben wir ganz gut gemacht? No, geht weiter. Neerich. Was ist tatsächlich eigentlich ganz gut drauf ist.